Hallo und willkommen zurück zu Super Mario 3D World für die Wii U. Ich bin der Reki und wir sind hier in der Kronenwelt. Immer noch der letzten Welt. Und wir versuchen uns wieder am Weg der Champions. Und wollen mal schauen, ob wir mal hier erfolgreicher sind. Wow, geht ja schon fast wieder gut los, wa? Mann, hör auf zu singen. So, wenn das mal nicht nach Skill aussieht, weiß ich es auch nicht. Komm, jetzt schaffe ich es hier mit einem Mal. Ich rotze hier alle weg. Und wundere mich, warum ich mich vorher so angestellt habe. So. Das war ein bisschen mutig, ich weiß. Aber ohne Mut, kein Preis oder so. Ne, ohne Fleiß kein Preis. Ja, weiß ich doch, habe ich extra gesagt. So. Und tschüss. So. Das machen wir jetzt schon mit links. Und so wird es wahrscheinlich bei den anderen gleich auch aussehen. So. Das war schon mal easy. Jetzt hier drauf. So. Und so. Und so. Und so. Und warten. So, der Sprung klappt. Das ist gut. So. 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 Nicht verarschen lassen. So. Der Sprung war ein bisschen knapp, aber macht nichts. So will ich das sehen. Hier ganz ohne Gefäle. Und zack, falle ich da runter. So. Jetzt bin ich wenigstens noch komplett. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Okay, hier ist nichts. Das ist gar nicht so verkehrt. Ähm. Hier. Hier erstmal zwischen zu stoppen. Hier kann man zwischen stoppen. Und das ist gut. Und das ist gut. Mein Herz klopft. Wisst ihr das? Ne. Woher sollt ihr das wissen? Wow. Alter Schwede. Puh. Jetzt aber ein Checkpoint hier. Gibt kein Checkpoint, wa? Ja. War schon fast klar. Äh. Ich springe erstmal so. Aha, okay. Walljump ohne Ende hier. Ah, das war nicht gut. Nein. Okay. Okay. Wow. Nochmal kann ich nicht wirbeln. Das ist das doofe. Aber mit den anderen Charakteren kann ich gar nicht wirbeln. Also. Können wir schon froh sein. Dass wir Rosalina haben hier. Ich schaff das. Und nicht mit Gesang. Komm schon. Wow. Jetzt kommt erst das Schwere, wa? Äh. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Mann. Aber irgendwie springt er nicht, springt er nicht, springt er nicht hoch genug? Ne. Wie komm ich da hoch? Freunde. Ich hab ne Idee. Freunde, sagt es mir. Ah, so irgendwie. Und ich bin klein. Ich kann nix mehr riskieren hier. Ne. Ich schaff das doch nicht. Gleich läuft die Zeit ab. Ich sag mal, ich kann ja einmal, ich kann ja einmal, kann ich ja wirbeln hier. Das hilft doch nix. Das hilft doch nix. Alter, wollen die mich verarschen? Ich komm nicht mehr weiter. Ich muss das jetzt riskieren hier. Riskier's. Boah. Fast. Naja, fast ist weit weg, aber. Oh, hab da gesehen, wie gut es lief. Und kein Checkpoint. Alter Schwede. Also, wir können echt froh sein, wenn wir das mit Rosalina schaffen. Ich kann mich nur wiederholen. Alles bis dahin ist jetzt easy. Hoffe ich. Jaja. Das Spiel hat uns schon gern. Oder auch nicht. Lala. Lala. Ah, man kann auch hier einfach weiter rennen. Okay. So, ein bisschen mutiger hier mal. Ist ja nicht so, als wäre das schwer hier, oder? So Willen wir uns nur ein, dass das schwer ist So Das ist easy, Mann Wobei, wenn ich sage, das ist easy Dann darf ich nicht failen, ne? Also muss ich sagen, es ist schwer So Spring, spring Oder kann ich die Blume mitnehmen? Weiß es noch nicht so ganz Schiss runterzufallen Alter Schwede Okay Sind wir wieder an der Stelle Ja guck, so geht's doch So Und jetzt mutig hier Nicht so, nein, nein, nein Anders mutig Anders mutig Ne Man muss das genau timen Alter Schwede Können wir nicht einfach eine Katze mitnehmen oder so? Komm, einmal versuchen wir es noch Und dann geht's wieder ins Rätselhaus Denn die Zeit, die läuft Das war doch schon mal ganz gut, oder nicht? Was sagt ihr dazu? Schreibt mir doch mal Einen schönen Kommentar Und schreibt mir, wie doof ich mich anstelle Nein, ich stelle mich ja voll gut an hier Guck, wir können hier rennen Man muss nur den Knopf gedrückt halten Dann geht das Dann braucht man Die gar nicht so besiegen Also bis hierhin würde ich sogar noch mit einem anderen Charakter kommen Würde ich jetzt mal sagen Und ich glaub, das kann man auch schaffen Wenn man rechtzeitig springt Und nicht zu früh und nicht zu spät Wie war's mit zu früh und zu spät? Das andere schaffen wir auch noch Freunde, wisst ihr das? Nein Das war zu früh gesprungen Da wollten wir zu viel Na gut, dann machen wir jetzt nochmal den Hälfte des Parts Passt doch Zwei Sterne kriegen wir schon mal hin Das ist doch schon mal gut Vielleicht sollten wir wirklich Ne, mit der Katze Weißt du was, da kann ich nichts mit anfangen Doch, ich kann da was mit anfangen Ich kann bis dahin kommen Und als normale Also ganz normal dahin gehen Und dann das Item ausrüsten Weil das Katze schaffen wir's glaube ich gar nicht Bis dahin Weil der so komisch springt Nicht wieder kaputt machen Ach doch, das ist vielleicht ein gutes Das ist ein guter Glücksbringer Vielleicht, wer weiß Ne, diesmal hat's nicht gereicht Ja Genau Genau, wenn man sich zu doof anstellt Muss man sich nicht wundern, ne So Hier einmal rüber Das geht doch noch, oder? Das geht eigentlich auch Ich werfe mir mal vorsichtshalber hier ab Dann treffen die sich nicht Hm So, hier kriegen wir die Blume Das schaffen wir auch so Ohne getroffen zu werden Im Optimalfall Aber den Stern einsammeln Das ist ganz wichtig Jetzt kommen die komischen Goombas, ne Ne, jetzt kommt erst das Ich kann das schon bald mitsingen hier Mann Lalalalalala Ja gut, so geht's auch Nur in Ruhe, ne In der Ruhe liegt die Kraft So Ja, läuft doch Zumindest bis dahin Tja Bis zu dem, was wir noch nicht kennen Na gut, und das müssen wir dann öfters machen Dann geht's auch So So, hier oben jetzt lang Dann unten Und dann Letztes Mal hat's oben gut geklappt So Okay Ein bisschen von hier klettern Dann geht's ein bisschen schneller Nein, nicht hoch Runter So Jetzt brauchen wir die Katze auch Die müssen wir behalten Ein bisschen so weit es geht rechts Sonst Versperren uns die Blöcke den Weg Jetzt müssen wir wieder klettern Ah, das war doch letztes Mal so tricky So Langsam wird's spannend Komm schon Wieder ganz knapp Macht aber nix Wir schaffen's trotzdem Komm, dann müssen wir warten, dass die weg sind Sonst machen die uns nämlich Schaden Und dann so Okay Jetzt kommt gleich das mit dem Rennen Über den Abgrund Ich dachte schon, die wollten jetzt den Stern nicht einsammeln Jetzt kommt das Gerenne, ne? Ne, noch nicht Okay Langsam krieg ich Schiss Na, lauf Hm So Oh Dann kommt endlich das, wo ich noch nicht Na, guck mal Hier können wir doch so hoch Da kommt der Scheiß Nein Nicht runterfallen Komm schon Die sieben schaffen wir auch noch Jetzt kommt das Unerwartete Nimm ihn mit Nicht abschießen lassen Hier Scheiße Oh, bis dahin Jetzt wieder Ach, nö Ne Ah doch Komm, schaffen wir Wir kriegen ja die Blume da hinten Ich überlege gerade schon Zumindest für das Level hier zu schneiden Dass ich dann immer von da schneide, wo ich Wo ich aufgehört habe Können wir ja mal schreiben, ob ich das machen soll oder nicht Ich weiß es selber noch nicht ganz Auf einer Art ja, auf einer anderen Auf einer anderen Art nicht So, hier gibt es die Blume Ah, ich müsste mitzielen So, rein da Das Schlimme sind gar nicht die Dinger an sich Sondern das Schlimme ist, dass man alles verliert Wenn man dann Verkackt Und deswegen so nervös ist Die hat die Dinger auch komisch geworfen, Mensch Das ist gar nicht, was sie da geritten hat Oder wen sie geritten hat Ähm, ja Bestimmt Mario oder Luigi Oder beide Wer weiß Wer weiß, wer weiß Ja, hier oben lang Da ist, glaube ich, am meisten safe Jetzt haben wir zumindest die Blume als Reserve Auch wenn's das nix bringt Weil wir ja Auf Zeit hier sind Im anderen Level könnten wir das gebrauchen Von gerade So Genau, jetzt kommt das Nur nicht da drunter her Springen So Hol in dir Nee Nee, da lang ist mir echt zu heikel Ich warte lieber hier Und kletter dann da So hoch Jetzt kommt das Nee, jetzt kommt erst das So Wie oft sag ich noch so hier Ich wurde hier geschubst Ich kann doch tricksen, ne Genau Tricksen Wie ich im letzten Part gesagt hab Und tschüss So Als Katze ist es echt leichter Ich wollte gerade sagen Gut, dass ich eine Katze bin Scheiße Voll verkeckt hier Verdammte Kacke Mist Menno Na gut, wir safen erst mal die, die wir haben Wie viele Sterne habe ich hier dazugekriegt? Einen Okay Hm Ja, Freunde Apart ist wieder vorbei Nochmal fange ich jetzt nicht hier an Schreibt mir doch mal eure Meinung Was ich machen soll Oder ob ihr euch das ganze Gefälle hier reinzieht Weil ihr seht, wie ich dazu lerne Und wie ihr Und euch das gefällt Schreibt fleißig Kommentare Drückt auf den Gefällt mir Button Daumen nach oben Und teilt es mit euren Freunden Damit alle mich auslachen können Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschau Oh Oder Oder O Oder Oder O Oder 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 serie